Hallo Herr Reik, guten Tag mit Eitat, guten Tag mit Eitat, guten Tag mit dem großen Kanal und zum kleinen Indio, oh, Spiebchen, oh, die spielen wir zusammen, what's so, eine Sehne, Instructions, was mit den Unity Engines gemacht? You can periodically send evil entities around you using the center in the lower right corner of the screen, avoid them all the ghosts, move here, where's there, intact E, view journal, pause, F or escape, all right, then starten wir mal, the corporation global ring has made many strides in the human genomy tour, you can read it yourself, right? Schöner Sound, schöne Musik, beruhigend oder? You have entered the building to look for them. Oh, ein Radar haben wir hier. Come join us. Oh, die Maus ist sehr sind die. Oh, die Maus ist nicht ähnter. Oh, das ist ein Sch們isch aus. Oh, das ist ein Schubchen. Oh, das ist ein Schubchen. Oh, das ist ein Schubchen. Oh, die Maus ist ganz abgeflossst. Oh, das ist nicht so, wie du verletzt hast, die Nausin fällt. Oh, das ist ein Schubchen, automatisch. Oh, das ist ein Schubchen. Es erinnert mich an meine Menschlichkeit. Habt ihr gesehen, da kommt einer auf uns zu? Einer kommt, wir laufen also weiter durch die Soge. Ich habe ihn nicht mehr auf dem Radar. Ich weiß, da ging es ab, aber ich bewege mich einfach mal. Oh, die Maulsteuerung. Leute, die Maulsteuerung ist ja Wahnsinn. Kann ich was tun? Anscheinend nicht. Oh, ich sehe wieder zwei. Ich glaube, er sollte nicht stehen bleiben. Komm ich so durch? Nein. Warum kann ich nichts retten? Wir laufen also weiter den Weg entlang. Türen kommen wir nicht rein. Wir laufen weiter durch die Flur und der Nacht. Die Neidens verderben. Realität exists in the human mind and nowhere we are. Tape? Da liegt ein Tape, Leute. Kann ich das Tape nehmen? Tape? Taschenrechner? Es scheint im Büro gefolgt zu sein. Aber wo führt uns der Weg noch hin? Einer ist links. Einer müsste vor uns sein, ja. Lautem Radar. Ich gehe mal zu der Tür. Das war ja wohl ein Reinfall. Der hat die Great Power in Unity. Hier war doch gar nichts. Hier geht es jetzt weiter. Ich komme nicht mehr zurück, Leute. Ich komme jetzt wirklich nicht mehr zurück, oder was? Ich komme genau nicht mehr zurück. He.. Weg.. ich weiß nicht, was ich hier machen soll. Ich komme mir absolut nicht Based on Es geht es Prix vor governments, Die More Powerful ist was? Ehh... Biene? Er erinnert sich vielleicht an PT, come join us, ja. Ganz glücklich bin ich jetzt aber nicht. Also, ich weiß nicht was wir mit dem Spiel halten sollen. Diesmal gehen wir gleich die erste rechts ab. Weil am Ende kommt man ja nur zu der einen... Was? Was ist der Mensch? Das ist der Zeit, das ist der Zeit. Ja, ja, ja. Ich hole mir jetzt erstmal wieder unsere Ohrenkolonien, unser Parfüm, was uns an die Menschlichkeit erinnert, an unsere Menschlichkeit. Aber jetzt möchte ich das Viech mal sehen. Seht ihr, jetzt haben wir ja keinen auf dem Schirm. Ich finde es nur schade, dass man ihn nicht sieht. Ich versuche es noch mal ein letztes Mal. Wir holen unser Echtgültenschwörter. Ich finde es ein bisschen arg schwach, dass man halt nur dieses eine hier findet. Und sonst nichts. Also wir gehen diesmal nicht nach rechts. Weil rechts ist ganz schlecht. Rechts gehen wir ja gleich drauf. Jetzt sind wir hier links. Aber hier sagt er mir auch nicht. Egal wo oder wie oder was. Ich kann nichts mitnehmen. Ich kann nicht hier mal an meine Laptops ran. Warum darf ich nicht immer an meine Laptops ran. Ich sollte was arbeiten. Und mich nicht hier fürchten. Und die Tür verschlossen. Ich finde es halt nur schade, dass man diese ganzen ja nicht sieht, wenn sie auf einen zukommen. Sie sind auf einmal da. Ziehen sie weg. Ziehen sie da. Wir gehen in die nächste Tür. Oh, nice. You found a novel by George Orwell. I don't know the point in Sarah. The book La Wieszeit. Your memories of her bring you closer. Die Erinnerung an sie bringt uns noch näher an unsere Menschlichkeit. Aber ihr seht, ich bin jetzt nur rechts gegangen. Und ich gehe weiter rein. Aber zumindest mal haben wir zwei gefunden. Das ist schon mal vom Erfolg gekrönt. Ich gehe mal jetzt nicht zu der Tür. Die eine Tür, die oben stand. Es erinnert so leicht an PT würde ich mal sagen. Game over. Ja, Freunde. Ich würde sagen. Ein sehr, sehr merkwürdiges Spiel. Und wenn ihr wollt, könnt ihr es ja gerne selber runterladen und selber mal spielen. Also, ich weiß nicht so was davon halten soll. Es ist so, hm. Naja. Zum anschauen kann man das mal. Aber mehr auch nicht glaube ich, oder? Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschalten würdet auf meinem rostlichen Kanal. Bitte bewertet euch das Video. Schreibt es in die Kommentare. Aktiviert die Glocke. Und falls ihr noch keiner warft, einfach nur aufs Köpfen drückt. Press den Hitbutton to subscribe. Ansonsten bleibt einfach gesund. Halt euch an das was man so tun soll. Zwecks Hygiene und Mundschutz. Und hast du nicht gesehen. Und Kontakte und so. Und dann. Seit Neusturm könnt ihr auch Mitglied werden auf meinem Kanal. Wenn ihr mich unterstützen wollt. Würde mich sehr drüber freuen und würde mir auch sehr helfen. Und dann würde ich sagen. Kommen wir zum Ende. Und das war One Soul. Tschöpidö. Und wir gewinnen wir uns. Eurostiger Rentner. Der war mir dann nur Fragezeichen zieht. Bye bye. Thank you.